Peter, in deiner Nähe ist ein getarrter Gefallener. Neutralisier ihn. Wir müssen eine Theorie nachweisen. Wir haben etwas bei ihm gefunden. Es sind die Proordinaten der Exodus Black. Ganz genau. Wir haben erfahren, dass die gefallenen vorhaben, Failsafe's Hauptrechner zu zerstören und Ersatzteile aus ihr zu machen. Das werden wir nicht zulassen. Wir kommen, Failsafe. Vielen Dank. Die Fortsetzung meiner Existenz ist eine meiner obersten Direktiven. Es war die Kate-Einheit, die die Gefallenen zu mir führte. Er hat mich voll auffliegen lassen. Das ist alles seine Schuld. Zavala. Ich empfange ein gefallenen Signal aus einer nahegelegenen Höhle. Ich glaube, daher kommen ihre Befehle. Sollen wir die Anführer ausschalten? So wie ihr das Haus der Wölfe zerschlagen habt. So wie ihr die Rotlegion fertig gemacht habt. Tut, was ihr tun müsst. Ich? Wow. Wow ist auf dem Schlachtfeld kein hilfreicher Ausdruck, Geist. Das gefallenen Signal hat seinen Ursprung hinter einer riesigen Barriere-Mobilungstechnologie verwendet. Offenbar haben sie sich ein Spielzeug geklaut. Auf dem Schlachtfeld. Geist. Um. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank, freundlicher Geist. Captain, ihr seid offensichtlich optimal dafür geeignet, Probleme zu lösen, die von der Kate-Einheit verursacht wurden. Das muss eine eurer Routinefunktionen sein.